Elke Joham hat für Sie berichtet. Christa Kummer ist eingetroffen. Herzlich willkommen. Mit auch positiven Nachrichten. Natürlich. Auf der einen Seite freuen sich ja viele, dass es endlich Winter geworden ist auf den Bergen. Auf der anderen Seite ist wieder zu viel Winter. Und auf der anderen Seite, auf der nächsten Seite, heute haben wir lauter Seiten, ja, hört langsam zu schneien auf. Und das bedeutet, dass von oben weniger Nachschub von der weißen Pracht kommt. Allerdings jetzt kommt wieder eine schlechte Nachricht. Das bedeutet nicht, dass sich die Lawinensituation verbessern wird. Es bleibt also weiterhin bei der kritischen Warnstufe 4 im gesamten Westen Österreichs und im Bereich der Nordalpen. Also auch in den nächsten Tagen, wenn es dann ab Mittwoch zu schneien aufhört. Weiterhin kritische Lawinensituation. So, und jetzt habe ich die Prognose für morgen. Allmählich, wie versprochen, hört es im Westen zu schneien auf. Im Tagesverlauf beginnt sich dann schon in Vorarlberg langsam auch die Sonne durchzuarbeiten. Östlich der Kitzbühler Alpen fallen allerdings immer noch ein paar Schneeflocken vom Himmel. Allerdings große Schneemengen werden es nicht sein. Sonnenschein gibt es im Süden. Und mit der Sonne wird es natürlich dann auch in den Nächten recht klar sein. Deshalb die Frühtemperaturen am frostigsten im Süden. Und die Tageshöchstwerte mit der Sonne auch am höchsten. Von Osttirol bis in die Steiermark und bis ins Wiener Becken so 6 bis 8 Grad. Mit dem Schnee und mit den Wolken wird es ein bisschen frischer sein. Jetzt noch der Blick auf die Berge. Die Schneefallgrenze wird morgen im Tagesverlauf ansteigen. Im Westen gegen 1000 Meter. Im Norden auf 500 Meter. Und im Osten liegt sie auch bei 500 Meter. Und die Temperaturen in 2000 Meter Höhe bewegen sich so zwischen minus 7 und minus 5 Grad. Also sehr winterlich. Aber in den nächsten Tagen wird es dann vor allem im Westen und auch auf den Bergen deutlich wärmer. Die Schneefallgrenze steigt auf 2500 Meter hinauf. Die Sonne beginnt sich allmählich durchzusetzen. Die Temperaturen am Mittwoch im ganzen Land liegen sie bei 5 Grad. Am Donnerstag sogar schon bis zu 7 Grad. Besonders viel Wind erwarten wir im Osten Österreichs. Und am Morgen, am Vormittag kann es stellenweise in den Niederungen ein bisschen Nebel geben. Aber sonst sollte sich auf den Bergen die Sonne durchsetzen. Sehr fein. Christa, vielen herzlichen Dank. Fast 30 Prozent der Weltbevölkerung leiden unter Schlafstörungen. Prof. Siegfried Marien gibt in Winterzeit jetzt gleich Tipps, um wieder zu einem gesunden, erholsamen Schlaf zu finden. Das war heute in Österreich. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Danke.